Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, es ist ein Zeitpunkt, um festzustellen, ist das, was gemacht worden ist, bisher erfolgreich, erfolgversprechend, sinnvoll gewesen. Das ist ganz sicher richtig, aber mir geht es wie den Herrn Rock, die fünf Minuten werden auf jeden Fall ausreichen. Deswegen habe ich mir einfach mal unsere Position, die wir im März festgelegt haben, wie wir veröffentlicht haben, fünf Tage nach dem Lockdown. Was wir gesagt haben, wir haben ein Papier veröffentlicht zu dem Thema Garantien für ein solidarisches Miteinander in Zeiten der Corona-Krise. Und dort haben wir, und das möchte ich dieses zentrale Aussagen dieses Papiers mit dem, was passiert ist, tatsächlich kontrastieren. Wir haben damals gefordert, dass es Gehaltszulagen für Beschäftigte gibt, insbesondere auch in der Pflege, auch um Anreize für zeitweilige Berufsrückkehr zu schaffen. Das werden wir mit den 1.500 Euro nicht hinbekommen, die ja auch nur für die Mitarbeiter der Pflege und der Altenpflege, Gesundheitswesen Altenpflege bekommen und andere, die vergleichbare Tätigkeiten machen, leer ausgehen. Und sie haben natürlich versäumt, und ich denke, das ist das Entscheidende, und wir müssen unser Gesundheitswesen tatsächlich Corona-fest machen. Wir müssen es überhaupt festmachen für eine gute Versorgung. Sie haben versäumt, die Arbeitsbedingungen für das Personal in Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. Die Verfügbarkeit von Hygieneprodukten auch für Kitas und Schulen ließ ewig auf sich warten. Das treibt inzwischen echte Blüten, wenn Schulleitungen und Berufungen auf das Kultusministerium die Eltern anweisen, Handtücher und Seife mit den Kindern in die Schule zu geben, damit sie sich zwischendrin ihre Hände waschen können. Ich weiß noch gar nicht, ob von Seife, es wäre mir unbekannt, dass von Seife die Viren ausgehen, übertragen werden können. Aber solche Blüten treibt das eben. Und die Kommunen waren die ganze Zeit oder weitgehend oder viel zu lange auf sich selbst gestellt, wenn es um die Schutzausrüstung geht. Und viele Einrichtungen haben ja heute noch das Problem, dass sie sich völlig überteuerte Produkte anschaffen müssen. Es gab zum Beispiel keine und es gibt immer noch keine Maßnahmen von Seiten des Landes, um wohnungs- und obdachlose Menschen mit grundlegenden Hygieneprodukten zu versorgen. Arme Menschen wurden in der Krise sowieso vergessen. Sie haben keinen Aufschlag auf die Grundsicherung erhalten, obwohl vieles teurer geworden ist und die Tafeln lange genug nicht aktiv waren. Die Hilfe des Landes für die Tafeln war nur ein kleiner Schritt und allerdings fiel dieser Teil einer inzwischen einer Armutsstruktur in Deutschland viel zu lange aus. Immerhin waren sie in der Lage, die Macht über die Kliniken zu übernehmen. Ob es tatsächlich sinnvoll war, den Corona-Kliniken den Zugriff auf Personal und Einrichtungen anderer Kliniken zugestehen, ohne einen Ausgleich festzulegen, das bezweifle ich. Ich bin aber froh, dass es nicht so weit kommen musste. Ob sie die Lehre für die Zukunft gezogen haben, dass das Gesundheitswesen und der Pflegebereich nicht länger kaputtgespart oder durch Privatisierungen dem Profitstreben untergeordnet werden darf, daran habe ich nach der gestrigen Diskussion um die Frage der Krankenhäuser meine immensen Zweifel. Ich kann jetzt nicht alle Punkte durchgehen aus unserem Papier, aber noch ein paar. Das Verbot von Entlassungen und Vertragslösungen bei allen Unternehmen, die Liquiditätshilfen bekommen, das gibt es nicht. Ich sage nur Lufthansa. Die Frage der Lohnfortzahlung für betreuende Familienangehörige, da hat das Ministerium geschlagen, drei Monate gebraucht, bis sie auf der Webseite standen. Notbetreuung gab es nur eingeschränkt. Zu den Textungen. Nach und nach ringen sie sich durch, jetzt Lehrkräfte, Erzieherinnen und Pflegekräfte in den Senioreneinrichtungen. Und ich glaube, das ist gerade auch für die Frage der alten Menschen eine ganz wichtige Frage, endlich zu testen. Aber da haben wir ständig nachfragen und fordern müssen. Allerdings, wenn die Testergebnisse für die Lehrkräfte immer und dauerhaft sechs bis sieben Tage brauchen, bis sie da angekommen sind, ist eine Quarantäne überflüssig und somit auch die gesamte Aktion. Immerhin wurden ja teilweise die Sanktionen und Leistungskürzungen beim SGB II ausgesetzt und Sozialleistungen unbürokratisch gewährt. Das könnte allerdings auch auf Dauer so bleiben. Allerdings gibt es kein Pandemieüberbrückungsgeld für Soloselbstständige. Und ich denke, hier gerade in diesem Bereich muss dringend was passieren. Es wäre doch eine gute Initiative, wenn wir tatsächlich ein Grundeinkommen für Kulturschaffende anführen. Das wird auch in Nicht-Pandemiezeiten gebraucht. Dass Sie die Schuldenbremse ausgesetzt haben, dafür haben Sie bereits unsere Zustimmung bekommen. Das muss allerdings auch in Zukunft so bleiben. Nicht nur, um die gewirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, sondern es braucht ein mittel- und langfristiges Investitionsprogramm für die Bereiche Gesundheit, Bildung, Kinderbetreuung, Wohnen, öffentlicher Nahverkehr und Energiewende. Vielen Dank.